Teil 3 Oh Mann, all die Möglichkeiten, die ihr diese Frage bot, um ein bisschen frustlos zu werden. Aber wenn Snapes Verhalten wirklich das Friedensangebot war, das sie dahinter vermutete, sollte sie besser nichts davon laut aussprechen. Sie wollte wirklich nicht der Grund dafür sein, dass das hier eskalierte, und vor allem wollte sie ihm keinen Grund bieten, sie auf die Titelseite des Tagespropheten zu bringen. Mit einem tiefen Atemzug verabschiedete sie sich von jeder der Antworten, die durch ihren Kopf tanzten, auch wenn es ihr schwer fiel, und nahm das Friedensangebot an, unterschrieb es mit Ehrlichkeit. Ja, ich träume schon seit einer Weile davon, mir einige Ruhnen tätowieren zu lassen. Du weißt schon, die Art Tattoo, die sich mit meiner Magie verwebt und bei der vorher niemand exakt weiß, welchen Effekt es haben wird? Ich weiß, wovon du sprichst. Natürlich. Jedenfalls, ich hätte gern so eines. Aber erst war ich noch nicht volljährig, dann auf der Flucht, und jetzt habe ich nicht genug Geld. Aber sobald ich anfange zu arbeiten, steht das Ganze oben auf meiner To-Do-Liste. Er summte leise und lehnte sich zurück. Pass auf, zu wem du dafür gehst. Es gibt einige Scharlatane, die entweder keine Ahnung haben, was sie da tun, oder es bewusst manipulieren. Im schlimmsten Fall bekommst du damit nicht mehr Kontrolle und Klarheit über deine Magie, sondern verlierst sie komplett. Sie nickte langsam. Ich werde dich nach einem guten Runenkünstler fragen, wenn es soweit ist. Vorausgesetzt, wir haben uns bis daher nicht die Köpfe eingeschlagen oder führen einen Schlagzeilenkrieg über den Tagespropheten. In dem Fall sollte ich der Letzte sein, den du um Rat bittest. Definitiv. Sie hielt seinen Blickstand, forderte ihn dazu heraus, zuerst zu lächeln. Sie war genug Schritte auf ihn zugegangen, nun war es an ihm, den Nächsten zu tun. Und er tat ihn. Für anderthalb Sekunden krümmte ein Lächeln in seinem Mundwinkel. Iris hielt länger an. Etwas. Und wovon träumst du? Er holte tief Luft, ließ sie aber ungenutzt wieder entweichen, als würde er damit etwas ausatmen, das er loslassen musste, um dieses Gespräch weiterführen zu können. Ein Buch zu veröffentlichen. Ein Tränkebuch, sowohl mit verbesserten Rezeptoren alter Tränke als auch mit einigen Neuentwicklungen. Die Gründe, warum ich es noch nicht getan habe, sind selbsterklärend. Aber ich arbeite daran. Klingt gut? Jedenfalls für ihn. Für sie hingegen? Sie würde so sehr eine Frau von werden, wenn er sein Buch rausbrachte und sie immer noch verheiratet waren, dass nicht Marita Kimkorn noch ihren Namen wissen würde, egal wie oft sie ihn durch den Dreck gezogen hatte. Weiter forderte sie ihn auf, bevor er irgendwas von ihren Gedanken in ihren Augen lesen konnte. Es war schließlich auch nicht so, als ob er sich das hier ausgesucht hätte. Er sah auf das Papier hinab und schnaubte leise. Was war bisher der größte Erfolg in deinem Leben? Auf drei. Eins. Zwei. Voldemort's Vernichtung, sagten sie unisono, und dieses Mal lächelten sie nicht nur, sondern lachten, beide, und es war ein ehrliches Lachen. Diese Fragen sind nicht für Leute wie uns gedacht, stellte Snape schließlich fest und trank einen Schluck Tee. Nein. Wo ist das überhaupt her? Oh oh. Ähm. Wie ein Hund, der Fährte aufgenommen hatte, hob Snape den Blick. Wo her? Sie schluckte. Das wird unangenehm. Naja, ich war in der British Library und bin über dieses Wissenschaftsjournal gestolpert und hakte ja nach, als ihm ihre Pause offenbar zu lang wurde. Und da habe ich diesen Artikel gefunden, über eine US-amerikanische Studie, über... Er atmete ungeduldig aus. Über was? Über die experimentelle Erzeugung zwischenmenschlicher Nähe. Er schloss die Augen, die Stirn gerunzelt. Und weiter. Scheiße. Sie hatte gehofft, er würde sich damit zufrieden geben. Und, ähm, naja, der Mann hinter der Studie, Arthur Ahrens, wollte herausfinden, wie... Komm zum Punkt. Okay. Wie ein Pflaster. Einfach abziehen. Die Fragen wurden in dem Journal bezeichnet als... 36 Fragen zum Verlieben. Als er seine Augen wieder öffnete, tat er es mit derselben Aura des Verderbens, die vielleicht den Basilisken vor fünf Jahren umgeben hatte. Sein Blick fühlte sich jedenfalls genauso tödlich an und auch dieses Mal erstarrte sie darunter. Wie bitte? Die fünf Sekunden des Schocks entluden sich in einem Lachen, das nur beinahe hysterisch klang. Als ob das funktionieren würde. Als ob das funktionieren würde. Wir werden uns niemals ineinander verlieben, Severus, ganz egal, welche Fragen wir einander beantworten. Außerdem hat das Studienergebnis gesagt, dass... Er brachte sie zum Schweigen, indem er nur einen Finger anhob. Findest du nicht, das wäre eine Information gewesen, die du mir hättest geben müssen, bevor wir hiermit anfangen? Ich hätte es dir gesagt, wenn du nicht so ein absoluter Idiot gewesen wärst. Wie bitte? Oh, tu nicht so schockiert. Selbst der blutige Baron fand es unangemessen, wie wir miteinander gesprochen haben. Ich dachte, damit könnten wir uns gut genug kennenlernen, dass wir wenigstens zivilisiert miteinander umgehen können. Dass man sich damit wirklich verlieben kann, glaub doch nur... Wie hattest du es genannt? Ach ja, Träumer und Hypochonder. Trotzdem wollte die Aura des Verderbens, die in Umgaben nicht so richtig verschwinden. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass er sie jemals zuvor so finster angesehen hatte. Oder hast du etwa Angst davor, dass du dich in eine unerträgliche Besserwisserin wie mich verlieben könntest? Jetzt gerade denke ich darüber nach, wie ich einer unerträglichen Besserwisserin wie dir den Hals umdrehen kann, ohne dafür in Azkaban zu landen. Du könntest es Malfoy anhängen. Das glaubt mir keiner, ich habe schon mal für ihn getötet. Sie schnallte mir der Zunge. Stimmt, hätte ich beinahe vergessen. Ich befürchte, abgesehen von ihm und dir, gibt es niemanden im Schloss, der mich tot sehen will. Es ist also das hier oder Azkaban. Er knifft die Augen ein wenig zusammen und tat dabei etwas mit seiner Nase, das ihn aussehen ließ, als hätte er gerade in eine Zitrone gebissen. Du fühlst dich mir nach 15 Fragen offenbar schon nah genug, um zu vergessen, wo die Grenzen sind. Sie konnte sich nicht helfen, aber all das hier, seine sauer töpfische Miene, sein finsterer Blick, die Dinge, die er sagte, belustigten sie. Was vermutlich eine Bestätigung von Snapes Feststellung war, aber es fiel ihr gerade schwer, den Nachteil darin zu sehen. Sie lehnte sich ein Stück nach vorne und schob die Hände unter ihre Oberschenkel. Und, traust du dich, noch einen Schritt weiter zu gehen und abzuwarten, was ich nach 36 Fragen vergesse? Er imitierte ihre Bewegung, die bandagierte Hand auf der Schreibtischplatte wie eine Erinnerung daran, dass er immer einen Schritt zu weit ging. Fordere niemals einen Slytherin heraus. Zu spät. Snapes Blick wurde noch stechender und er wandte ihn nicht ab, während er nach der Liste griff. Als er es doch tun musste, um die nächste Frage vorlesen zu können, lächelte sie. Noch mehr, weil er sie auf eine Art und Weise aussprach, die an ein Kreuzverhör erinnerte. Was ist dir bei einer Freundschaft am wichtigsten? Wirklich, es klang wie, wo haben sie das Geld deponiert? Aber sie beherrschte sich. Wenn sie jetzt anfing zu kichern, würde er vermutlich doch noch Punkte abziehen. Sich gegenseitig verzeihen zu können. Und weil sie so abgelenkt war von seinem Tonfall und der Art, wie er alles hieran hassen wollte und trotzdem weitermachte aus Gründen, die ihm, genauso wie ihr, vermutlich nicht mehr selbstvoll ins Klar waren, wurde ihr erst verzögert bewusst, was sie gesagt hatte. Nämlich, als etwas in seinen Augen sich veränderte. Der Groll verblasste für einen Moment, dann kehrte er heftiger zurück. Oh, verdammt. Sie holte bereits Luft, um ihm zu versichern, dass sie das nicht gesagt hatte, wegen dem, was sie von Harry über ihn und Ellie Evans erfahren hatte. Aber dann tat sie es nicht. Er wollte Ehrlichkeit, sie hatte sie ihm gegeben. Und dir? Sie nahm sich einen Atemzug lang Zeit, darüber nachzudenken. Ihre liebste Erinnerung. Die Feier am Ende unseres zweiten Schuljahres, nachdem Harry Ginny aus der Kammer des Schreckens gerettet hat. Das war einfach gut. Alles daran. Jeder hatte bekommen, was er verdient hatte. Allen ging es gut. Wir waren einfach nur glücklich. Snape sah sie nachdenklich an, schien sich endlich vom Groll der letzten Minuten verabschiedet zu haben. Keine Erinnerung mit deinen Eltern? Sie schüttelte den Kopf. Nein, als ich noch ungetrübt glückliche Zeit mit meinen Eltern verbringen konnte, wusste ich noch nicht, dass ich eine Hexe bin. Und das ist ein so essentieller Teil von mir, dass er da sein muss in meiner liebsten Erinnerung. Weißt du? Er nickte langsam. Und nachdem ich erfahren hatte, dass ich eine Hexe war, war es anders mit meinen Eltern. Sie haben nie so wirklich verstanden, was ich hier lerne und tue. Sie haben mich immer unterstützt, aber nie wieder wirklich verstanden. Wieder blinzelte sie ein paar Tränen fort, aber dieses Mal versuchte sie nicht, sie vor Snape zu verstecken. Er hat es doch sowieso schon gesehen. Dafür wandte er sehr auffällig, unauffällig den Blick ab, als ihm bewusst wurde, dass ich fertig war mit dem Beantworten dieser Frage. Dass er jetzt am Zuge war und dass er diese Frage nicht ehrlich beantworten konnte, ohne dass es sehr persönlich wurde und dass sie es vermutlich sogar wissen würde, wenn er sich für eine Lüge entschied. Nicht, dass sie es ihm negativ ankreiden würde. Nicht hierbei. Nicht, falls es um Harrys Mutter ging. Aber Snape hatte es wirklich ernst gemeint mit den Lügen, die ihm zuwider waren. Auch wenn sein Blick an der Tischplatte klebte, als er es sagte. Auch wenn seine Stimme so leise war, dass sie ihn kaum verstehen konnte. Auch wenn er es schnell sagte und sein Tonfall jedes Nachhaken verbot. Er sagte es. Einer der ersten Nachmittage mit Lily auf einem Spielplatz in Cokeworth. Stille senkte sich über sie, als hätte jemand die Lautstärke an einem Fernseher abgedreht. Diese Art Stille, die sich anfühlte, als wäre man etwas beraubt worden. Und als sie irgendwann die Hand nach der Frageliste ausstreckte, zuckte Snape zusammen, als hätte er vergessen, dass sie überhaupt da war, während er sich ihrer Anwesenheit so schmerzhaft bewusst gewesen war, dass er sie nicht hatte ansehen können. Hermine räusperte den Moment fort. Was ist deine schrecklichste Erinnerung? Er schnaubte leise. Ausbluten in der verdammten heulenden Hütte. Sie nickte langsam. Gefoltert werden von Bellatrix Lestrange. Ihre Blicke trafen sich und... Wow. Sie fühlte sich seltsam verbunden mit ihm in diesem Augenblick, als der schrecklichste Moment ihres bisherigen Lebens ihren Nacken hinaufkroch und mit seinen haarigen Beinen ihre Kopfhaut betastete. Zum ersten Mal nicht allein, weil er, im Gegensatz zu allen anderen, denen gegenüber sie diese Minuten erwähnt hatte, nicht weg sah, bei ihr blieb und mit ihr aushielt, wie furchtbar es gewesen war. Bis ihre Sicht verschwamm und ihre Lieder sich gegen ihren Willen schlossen, um zweitige Tränen fallen zu lassen. Entschuldigung. Unnötig. Hast du Schäden davon getragen? Nein. Nur eine hartnäckige Angst, jedes Mal, wenn sie Schmerzen hatte. Angst, dass es jeden Moment unerträglich werden würde, egal ob sie nur zu wenig getrunken oder ihre Periode hatte. Sie hatte lernen müssen, sich bewusst zu entspannen und hoffte, dass das irgendwann einfach vergehen würde. Du? Im ersten Moment schien ihr nicht zu wissen, was sie meinte, dann begriff er. Nur ein paar Narben. Gut. Sie lächelte, trotz allem, und sah wieder auf die Liste hinab. Ach, es wird nicht besser. Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr sterben wirst, würdest du irgendwas in deinem jetzigen Leben ändern? Und warum? Snape nickte langsam und mit gerunzelter Stirn. Nicht unbedingt Fragen, die ich bei einem ersten Rendezvous stellen würde. Nein, lachte sie. Aber bei einem ersten Rendezvous geht es zugegebenermaßen auch nicht darum, möglichst schnell, möglichst viel Nähe zueinander aufzubauen. Touché. Ein Wort, gewürzt mit einem Blick, der ihr durch und durch ging, aber nicht lange genug anhielt, um unangenehm zu werden. Ich würde einiges an meinem Leben ändern, wenn ich wüsste, dass ich nur noch ein Jahr zu leben habe. So wie vermutlich alle Menschen, die wissen, dass sie keine vier oder fünf Jahrzehnte Existenz mehr absichern müssen. Ich würde kündigen, den Großteil meiner Besitztümer verkaufen, vielleicht eine Weile durch die Welt reisen, mich zu oft mit gutem Wein betrinken und so lange gesundheitlich bedenkliche, aber äußerst interessante Tränke konsumieren, bis ich in der Lage bin, diese Realität zu akzeptieren. Dass ich den Krieg und Nagini überlebt habe, nur um ein Jahr später an was auch immer zu sterben. Sieh an, da steckt ja Humor unter all dem stachligen Sarkasmus. Kein Fan von Lebe jeden Tag, als wärst dein Letzter? Er zog eine Augenbraue hoch. Du etwa. Sie wog den Kopf. Teils, teils, würde ich sagen. Einerseits hast du recht. Meinen letzten Tag würde ich vermutlich nicht damit verbringen, arbeiten zu gehen, mich um Rechnungen oder den Einkauf zu kümmern. Aber ich versuche offen zu sein für Gutes. Ich weiß, ich weiß, du wirst das wieder als typisch Gryffindor abstempeln, aber wir haben so viel Zeit damit verbracht, Angst vor einem irren Psychopathen zu haben, auf der Flucht zu sein oder uns auf einen Krieg vorzubereiten, dass wir es verdient haben, Platz für Gutes zu schaffen, oder? Ich bin auch noch ziemlich mies darin, aber ich versuche, die Kür in der Pflicht zu finden, so oft ich es kann. Das bin ich mir schuldig. Er lächelte, aber nur halb spöttisch. Typisch Gryffindor. Haha. Also müsstest du gar nichts ändern, wenn du heute erfahren würdest, dass du in einem Jahr stirbst? Oh, und ob ich etwas ändern würde? Ich würde auf meinen Abschluss pfeifen, mir Ron schnappen und 365 Tage lang und 365 Tage lang war es aufverdammt. Das Leben genießen. Ja, das war besser als das, was sie beinahe gesagt hätte, weil sie möglicherweise tatsächlich langsam die Grenzen aus dem Blick verlor. Du solltest das Lügen üben. Das oder... Oder? Es gibt ein Oder? Oder was? Schon gut. Was steht als nächstes auf deiner unerträglichen Liste? Möglicherweise war sie nicht die Einzige, die langsam ein paar Grenzen aus dem Blick verlor. Interessant. Was bedeutet Freundschaft für dich? Hatten wir das nicht schon? Nein, die andere Frage war, was ist dir bei einer Freundschaft am wichtigsten? Er vertrete die Augen so ausgiebig, dass eine ganze Kopfbewegung daraus wurde. Warum hast du die Liste eigentlich wieder in der Hand? Weil du nicht weitergemacht hast und ich annahm, dass du nicht die ganze Nacht hier sitzen willst. Trotzdem zog er sie ihr jetzt aus den Fingern und schnappte sich ein Sandwich, bedeutete ihr, anzufangen. Ach, schön. Freundschaft bedeutet für mich, jemanden zu haben, auf den ich mich verlassen kann. Der mich vielleicht nicht immer komplett versteht, es aber immer versucht. Jemand, der mir seine ehrlichen Gedanken sagt, aber auch akzeptieren kann, dass ich meine eigenen habe. Jemand, der für mich da ist, wenn ich es am wenigsten verdiene, aber vermutlich am meisten brauche und, naja, das Übliche. Ungefähr die gleiche Einstellung zum Leben zu haben, die gleichen Wertvorstellungen, gut miteinander harmonisieren. Es muss passen. Er musterte sie, während er sein Sandwich kaute, die Stirn in Falten gelegt. Wir haben du und Weasley all die Jahre durchgehalten, ohne euch die Köpfe einzuschlagen, wenn das eine Definition von Freundschaft ist. Durch Harry. Sie zuckte mit den Schultern. Ich denke, ohne Harry wären Ron und ich nie Freunde geworden oder sehr schnell wieder voneinander weggedriftet. Es hat eine Weile gedauert, bis wir wirklich zusammengewachsen sind, aber er ist auch nicht annähernd so, wie du ihn darstellst. Offensichtlich sah er das anders, denn die Art, wie er mit den Augenbrauen zuckte, sagte deutlicher, als Worte es konnten. Wenn du meinst. Was? Nichts. Er biss wieder von seinem Sandwich ab. Blödsinn. Du hast so viel Meinung zu diesem Thema, dass er dir beinahe aus den Ohren quillt. Spuck's schon aus. Er schnaubte. Ich werde den Teufel tun und mich noch tiefer in deine Beziehung einmischen, als das Ministerium es von mir verlangt. Ich dachte, du stehst neuerdings so sehr auf Ehrlichkeit. Tue ich, aber nicht um jeden Preis. Also lässt du mich einfach nur wissen, dass du irgendetwas von dem, was ich gesagt habe, für Blödsinn hältst, gibst mir aber keine Gelegenheit, das zu diskutieren? Exakt. Was zum, du Arsch, als ob du wüsstest, was Freundschaft ist. Der Gedanke war kaum durch ihren Kopf gewandert, als sie sich schon wieder dafür schämte. Trotzdem. Dann erhelle mich mit deiner Definition von Freundschaft. Ich sagte nicht, dass an deiner Definition etwas falsch ist. Hör auf abzulenken. Sie schnappte sich ihren angebissenen Flapjack. Zucker war jetzt genau das, was sie brauchte. Freundschaft bedeutet für mich, begann er und lehnte sich vor, um sich Tee nachzuschenken. Auffällig geschäftig. Wie ich vorhin bereits sagte, vor allem Loyalität. Zueinander zu stehen. Die Meinungen Außenstehender zu ignorieren. Füreinander einzustehen. Und sich gegenseitig den Rücken zu stärken. Kurz zuckte sein Blick zu ihr. Sich gegenseitig helfen, im Leben vorwärts zu kommen, natürlich. Und Respekt. Sie nickte langsam die letzten Krümel ihres Riegels noch auf der Zunge. Snape zog die Augenbrauen hoch. Irgendwelche Einwände? Nein, keine. Außer, dass das unglaublich Slytherin war. Aber was hatte sie auch erwartet, wenn sie so ein Spiel mit dem Kopf der Schlangen spielte? Mach weiter. Zwei Sekunden lang hielt er ihren Blick noch fest. Auf die passiv-aggressivste Art, die sie seit langem gesehen hatte. Eine wahre Genugtuung. Dann schüttelte er wieder die inzwischen hoffnungslos zerknitterte Liste aus und las. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Oh, Freude. Dem konnte sie ausnahmsweise nur zustimmen. Oh, Freude. Im Moment eine kleinere als mir lieb ist. Und in deinem? Keine. Nennt abwechselnd eine positive Charaktereigenschaft, von der ihr glaubt, dass sie euer Gegenüber besitzt. Macht dies fünfmal. Dieses Mal warf er die Liste mit einem beinahe theatralischen Stöhnen von sich und wirkte persönlich beleidigt, weil sie nicht mehr wie vorhin ein Stück über die Tischplatte rutschte, sondern einfach liegen blieb. Unmotiviert und veraltet wie Slughorn nach dem Ende des Krieges. Du bist loyal, machte sie den Anfang. Besser, es einfach hinter sich zu bringen. Moment. Fünf für jeden von uns oder insgesamt? Für jeden von uns. Sonst wären es sechsmal. Wieder stöhnte er. Hey, für mich ist das auch nicht unbedingt eine leichte Aufgabe, okay? Du wolltest weitermachen. Drei Sekunden lang schloss er die Augen, dann... Meinetwegen. Du bist halbwegs intelli... Keine versteckten Beleidigungen. In seinen geschürzten Lippen und seinem Blickstand, die Reue darüber, den Scotch weggestellt zu haben. Du bist lernfähig. Ha! Arsch! Du bist eloquent. Hilfsbereit. Ach, was kommt als nächstes? Nett. Du hast einen guten Humor. Ach ja? Wenn ich nicht das Opfer bin. Er schnaubte. Du bist schlagfertig. Und du mutig. Hast du mich gerade Gryffindor genannt? Vielleicht? Na warte. Er schien gedanklich, die Eigenschaften durchzugehen, die seinem Haus nachgesagt wurden, aber offenbar war keine negativ und gleichzeitig positiv genug, um seinen Ansprüchen an eine Retourkutsche zu genügen. Er schnalzte mit der Zunge. Du bist ambitioniert. Danke. Während er noch die Augen verdrehte, sagte sie, du bist leidenschaftlich. Wie bitte? Deine Rede in unserer ersten Stunde Zaubertränke? Deine Korrekturen in deinem alten Tränkebuch? Die Art, wie du über die dunklen Künste gesprochen hast? Leidenschaftlich. Sie nickte, wie um sich selbst zu bestätigen, und war sich ziemlich sicher, dass er ein bisschen oklomentig bemühte, um seine Reaktion zu verschleiern. Das ist ja fast niedlich. Er räusperte sich. Du bist tapfer. Sie schürzte unfreiwillig geschmeichelt die Lippen. So als Gryffindor. Und manipulierbar wie eine Fünfjährige. Hey! Nachdem ich inzwischen schon diverse Beleidigungen in deinen Augen gelesen habe, hatte ich mir das verdient. Was kann ich dafür, dass du in die Köpfe anderer Leute guckst? Was ich denke, geht dich nichts an. Idiot. Sie dachte es mit Absicht, so laut sie konnte, während sie ihm direkt in die Augen sah. Noch einmal, und ich ziehe dir Punkte ab. Ha, das lässt Professor McGonagall dir nicht durchgehen. Sicher? Seine Stimme klang beinahe wie ein Schnurren und wirkte wie eine verdammte Kopfmassage. Unfair. Selbst wenn, brauchst du wirklich das Punktesystem, um dich gegen mich durchzusetzen? Jetzt lächelte er auch noch wie eine Katze, die ihr Beutetier so fest im Blick hatte, dass der Angriff reine Formsache würde. Nein, aber der Fairness halber werde ich davon absehen, meine anderen Optionen zu nutzen. Sie würden dir nicht gut bekommen. Und trotzdem fragte sie sich, was diese anderen Optionen waren, interessanterweise mehr aus Neugier als aus Angst. Hm. Was ist die nächste Frage? Er verbuchte das als Erfolg, Slytherin, der er war, aber die nächste Frage verpasste ihm einen Dämpfer. Wie eng und herzlich sind die Beziehungen in deiner Familie, denkst du, dass deine Kindheit glücklicher war als die andere Menschen? Er griff sich an die Nasenwurzel, als hätte er spontan Kopfschmerzen bekommen. Und auch in ihren Schläfen begann es zu ziehen, als sie über diese Frage nachdachte. Nicht gerade ihr liebstes Thema im Moment. Vielleicht auch nie wieder. Sie räusperte sich. Zwischen meinen Eltern und mir war die Beziehung herzlich, bis Professor McGonagall vor unserer Tür stand. Danach nicht mehr so sehr. Und andere Familie ist nicht übrig. Meine Eltern waren beide Einzelkinder und meine Großeltern sind schon tot. Und jetzt? Ach, nicht weinen. Sie kniff die Augen zu, bis sie aufhörten zu brennen. Naja, du weißt es schon. Meine Kindheit, ja, ich denke, dass sie glücklicher war als die anderer Menschen. Meine Eltern haben sich große Mühe gegeben, sie zu einer glücklichen Zeit zu machen. Und dann kam die magische Welt. Ja, auch wenn ihre Kindheit nicht unglücklich geworden war, als sie nach Hogwarts gekommen war, war es doch schwieriger geworden, das konnte sie nicht leugnen. Und trotzdem kann deine liebste Erinnerung nur eine mit Magie sein? Sie zuckte mit den Schultern. Es gibt mich nicht mehr ohne Magie. Ich glaube, es gab mich eigentlich nie ohne Magie. Ich wusste vor Professor McGonagalls Besuch nicht, was es ist, aber ich wusste schon immer, dass es etwas in mir gab, das andere nicht zu haben schienen. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Aber ich nehme an, du weißt, was ich meine. Er nickte nur, langsam, nachdenklich. Mit Falten auf der Stirn und Gedanken in den Augen, die sie im Gegensatz zu ihm leider nicht lesen konnte, von denen sie sich aber spontan wünschte, er würde sie mit ihr teilen. Was er natürlich nicht tat. Aber er sah sie so lange an, dass es unangenehm wurde und sie auf ihrem Stuhl hin und her zu rutschen begann. Tja, beendete sie die Stille schließlich. Es gibt keine Perfektion. Nein. Und bei dir so? Mummelte sie und nickte zur Liste, bevor sie sich das letzte Stück ihres Flapjacks in den Mund steckte. Keine herzlichen Beziehungen, zwischen niemandem aus meiner Familie, soweit ich es weiß. Und meine Kindheit? Ich nehme an, es gibt immer jemanden, der eine schlimmere Kindheit hatte als man selbst. Ich würde sie trotzdem nicht als glücklich bezeichnen. Nein, nach dem zu urteilen, was sie darüber erfahren hatte, würde sie das auch nicht. Tut mir leid, sagte sie, bevor sie sich eines Besseren besinnen konnte. Ah, scheiße. Was? Ähm. Ihre Wangen wurden heiß und sie holte so hektisch Luft, dass sie sich an einem Krümel verschluckte. Nichts, wirkte sie gegen den Hustenreiz hervor. Snape verdrehte die Augen und zückte seinen Zauberstab. Anapneo. Gerade als sie anfangen wollte zu husten, verschwand das Bedürfnis von einer Sekunde auf die andere und was ihr Körper als mittelschwere Explosion geplant hatte, veränderte zu einem armseligen Röcheln, das sie unter einem Räuspern zu verstecken versuchte. Danke. Hm. Dann nahm er wieder die Liste zur Hand. Wie beurteilst du die Beziehung zu deiner Mutter? Er hob den Blick, um den Zettel sinken zu lassen. Ich nehme an, wir haben beide keine mehr. Nope. Dann weiter im Text. Denkt euch beide drei wahre Wir-Aussagen aus. Zum Beispiel, wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns... Er kräuselte die Nase. Wieder abwechselnd schlug sie vor und zupfte sich zwei Weintrauben von der Rispe. Meinetwegen. Wir sind beide genervt von den Familienfragen. Wir sind beide genervt von allen Fragen. Sie lachte. Und wir sind beide trotzdem nicht bereit aufzuhören. Nicht bevor wir nicht beide emotional blank gezogen haben. Als ob wir das noch nicht getan hätten. Sie für ihren Teil hatte heute jedenfalls schon ein halbes Dutzend Mal zu oft vor ihm geweint. Vor Snape. Ihnen schien es jedoch nicht genug zu stören, um sie ein letztes Mal rauszuschmeißen. Wir sind auch beide nicht der Typ Mensch, der etwas unverendet lässt. Touché. Trotzdem hoffen wir an diesem Punkt beide, dass wir diesen Raum wenigstens mit einem kleinen Rest Würde verlassen werden. Und wir wissen beide, dass das vermutlich nicht passieren wird. Was? Warum nicht? Was für Fragen kommen denn da noch? Er zog eine Augenbraue hoch. Du hättest sie dir vielleicht vorher doch mal durchlesen sollen. Habe ich, aber ich habe sie mir nicht alle gemerkt. Zeig mal. Sie wollte ihm die Liste aus den Fingern ziehen, wie er es vorhin getan hatte, aber er hielt sie von ihr weg. Zu spät, Granger. Jetzt gehst du blind in diese Prüfung. Puh. Von mir aus. Ich habe nichts mehr zu verbergen. Trotzdem. Mistkerl. Fünf Punkte von Gryffindor. Was zum... Ich habe dich gewarnt. Er deutete mit zwei Fingern seiner bandagierten Hand erst auf seine, dann auf ihre Augen. Wirklich? So tief singst du wegen meiner Gedanken? Du hast keine Ahnung, wie tief ich bereit bin zu sinken. Insbesondere, da ich es ab morgen nicht mehr kann. Sie knifft die Augen zusammen. Du kannst mir keine Punkte mehr abziehen, wenn wir verheiratet sind? Nicht ohne jeden Abzug zu begründen. Ha. Oh, keine Angst. Mir werden Gründe einfallen. Klar. Sie verdrehte die Augen und gab sich Mühe, es möglichst laut zu tun. Nächste Frage. Und dann, wenn wir die Augen, 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 die Augen,